Keinen richtigen Anschluss gefunden in dem Fall, aber... Jetzt darf keiner sterben, nur ganz kurz. Ganz kurz darf keiner sterben. Oh, was? Wait, wo kam der her? Wait, wo kam denn der her? Ich blindfisch! Jetzt darf keiner sterben, nur ganz kurz. Leute, ich hab das mitgekriegt mit dem Yasuo 1v1. Das haben mir mittlerweile schon tausend Leute geschrieben. Auf allen Medien habt ihr mich vollgespammt. Auf Twitter, auf Instagram, auf Twitch. Überall habt ihr mich vollgespammt. Hast du das zufällig schon mit Yasuo mitbekommen, mit dem BO13? Ja, ich habe das mitbekommen. Ich werde mit ihm schreiben, wir werden dafür einen Termin finden, Kinder. Achso, halt, ich muss ja richtige Ansprache machen. Ficken werde ich den Jungen, ne? Die Sau, keine Chance. Bam! Die doch, äh, hier, ne? Bisschen, bisschen, äh, Trash-Talk mit reinlegen. Wie findest du Korkis early im Moment? Das kommt mir etwas zu gut für sein Scaling vor, ist es auch, ja? Also, Korki ist ein bisschen zu stark. Ich glaube, Korki braucht einen kleinen Nerf. Ich weiß bloß, also ich persönlich würde halt dann eher irgendwie Scaling ein bisschen nerven. Nur so aus Interesse, wie viele 36 plus Monat Subs gibt es. Ich tippe 30 ungefähr. Wenn ich, ich tippe 30. Also, die sind sehr, sehr selten, dass einer so lange Interesse an einem Streamer hat und immer und immer wieder einschalten möchte. Das ist ja, man verändert sich ja auch als Person, wir sind ja auch alle in dem Alter und ich als Streamer habe mich bestimmt auch verändert zu meinen Ansätzen, äh, zu meinen Anfängen. Dementsprechend ist es natürlich verständlich, dass, dass man sich dann auch auseinanderlebt manchmal, ne? Und, äh, ich glaube, die, so für, für sehr, sehr viele ist es so, dass nach zwei Jahren oder so, dann ungefähr kommt der Zeitpunkt, wo, wo halt einfach was Neues sich auftut. Das ist ja auch ganz normal, ne? Welche Assassinen würdest du zurzeit empfehlen? Mh, der hier ist ziemlich gut. Der gute Kollege Zett. Talon ist sehr gut, Leblanc würde ich nicht empfehlen für High, äh, für Lower Elo. Äh, Akali würde ich auch nicht empfehlen für Lower Elo. Für Lower Elo, meine Empfehlungen wären Zett, Talon und Ari. Wäre meine Empfehlung. So, für die, für die Midlane und, für die Midlane-Assassinen meine ich jetzt. Was gilt als Lower Elo? Ja, der kommt drauf an, wie, wie Tryhard du bist fürs Game. Für den Casual-Spieler ist Lower Elo, würde ich sagen, Iron und Bronze ist Lower Elo. Vielleicht noch Silber. Für den Casual-Spieler. Für den Casual-Spieler ist Gold und, Gold, Gold und, äh, Richtung, Richtung Platin ist dann sogar Mid to High und Diamond ist dann schon High Elo. Für den, für den Casual. Wenn du, wenn du wirklich committest in dem Spiel und, ähm, viel Zeit investierst, dann fängt High Elo so mit 200, 300 LP Master an. Und auch wenn du 200, 300 LP Master bist, hast du immer noch, äh, viele, viele Dinge, die dir normalerweise fehlen. Ich muss da aber auch probieren, wenn ich mich da. Ich muss da aber auch probieren, wenn ich da. Okay. 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 Kein Vertrauen, kein Vertrauen in die Schwungmasse hatte der, kein Vertrauen, enttäuschend. Er ist gestorben. Impressive, Mister. Nice. Sehr, sehr nice. Okay, jetzt gehen wir mal kurz hier die Raptoren machen. Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gierig ist und geradeaus läuft einfach, weil ich war ja da im Fork. Da hätte ich niemals gedacht, dass der so gierig ist. Aber das ist manchmal der gute Spieler, manchmal macht er das. Ich wollte nicht die Dings anmachen. Also ich wollte nicht meine Predators anmachen, damit die nicht wissen, dass ich da bin. Nein. Ich habe den da leider umgebracht, mein Teammate. Der kriegt jetzt halt hier wieder die Dinger. Der kriegt jetzt wieder einen Stack und diesmal kriegt er den Drake leider. Das ist so unangenehm so was, weil die gegnerische Kindheit macht gar nichts, aber die sind trotzdem noch relativ nah dran an uns. Ich hasse das als Jungler, dieses Gefühl. Ähm, wenn ihr euch halt, wenn ihr euch halt abmüht und überall hinlauft und was weiß ich. Ich hab nicht so den einfach machen können, ne? Was? The fuck? What? Okay, kurz zur Erklärung, warum ich keine Spells gemacht habe. Ich wollte natürlich abwarten, bis der Aftershock-Prock abgelaufen ist. Weil der Aftershock-Prock gibt ja wahnsinnig hohe Resistenzwerte, ne? Das heißt, ich wollte einfach kurz warten, bis der Aftershock-Prock weg ist. Und dann, nachdem der Aftershock-Prock weg ist, wollte ich halt dann toll hingehen, ne? Logischerweise. Oder meine Kombo machen. Äh, das war ein Fehler. Ich hätte das anscheinend meine, meine Rotation davor schon benutzen sollen. Oder halt nicht hingehen an ihnen. Das ist ja ne halbete Katastrophe hier, das Gameplay, ne? Jetzt können wir jetzt hier zum roten Verstärkungs-Server rüber gehen. Oh shit, man. Das sollte aber sehr gut sein für uns, ne? Ja. Dieser Shen ist absolut immortal. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ja. Jetzt raus hier. Schade. Äh, der... Der Sit verfehlt leider jeden einzelnen Schülken. Aktuell. Der wird wahrscheinlich da unten für den, für den Red Shown. Vielleicht kann man ihn da killen. Das ist ja da. Dann ist er. Das geht dann. Das geht dann. Entschuldigung. Das geht dann. Das geht dann. Das geht dann. Ich gehe nach Marke. Ich gehe nach Marke. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, ach das ist schon voll, ne weißt du ja, das sind die Games die wir heute kriegen, ich hab schon, da war wieder ein, halt, keine Ahnung, war so gut das Game, das ist das dritte oder vierte von den Games heute, die so richtig, wo ich so richtig 1v9 stark gespielt hab, aber das einfach irrelevant ist, äh, das dritte oder vierte, tut langsam tut's echt weh, muss ich sagen, also langsam tut's echt weh, das tut weh, so, das ist so scheiße, ich hab heute, ich hab heute sechs Games oder so verloren und zwei gewonnen, glaub ich, irgendwie sowas, und ich spiel halt jedes Game ziemlich solide bis gut, ich mein, natürlich ist das halt nicht fehlerfrei, aber das, das ist halt, die eigene Leistung scheint komplett irrelevant zu sein, so, AP Nautilus is actually serious, ist es, ja, das ist ziemlich gut, AP Nautilus, Nid Novo, danke dir auch für den Support, willkommen, krass dir, angenehmen Aufenthalt, ich hab halt Moos Damage als Jungler gemacht, wisst ihr? Musik 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 Musik